Die Schlacht der Wikinger geht in die nächste Runde, denn Ragnarök steht bevor. Und weil sich dank des bevorstehenden Weltuntergangs jede Menge Untote über eure Dörfer hermachen, hört ihr mal lieber damit auf, euch gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und verbündet euch gegen diese dunklen Mächte. Die Ragnarök-Erweiterung macht aus Vikings Gone Wild ein kooperatives Abenteuer mit komplett neuen Herausforderungen. Stellt euch alleine oder mit bis zu vier Spielern der Flut der Untoten entgegen. Nur mit vereinten Kräften könnt ihr einen nach dem anderen von ihnen erledigen, bis ihr am Ende dem Anführer Auge in Auge gegenübersteht. Schafft ihr es gemeinsam, die Welt zu retten? Findet es heraus. Ab sofort in der Spiele-Schmiede. Ab sofort in der Spiele-Schmiede. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.